Nächster Ausstieg bei Rote Rosen? Fans müssen bald auf sie verzichten. Süße Baby-News! Diese Rote Rosen-Star wird sich wie es scheint bald für dasjenige größte Glück des Lebens vorerst aus der ARD-Telenovela verabschieden. Nicht schon in ihrer Rote Rosen-Funktion wie Franka Böttcher spielte dasjenige Thema Kinderwunsch. Für Börter wollte eine große Funktion, wenn schon vertraulich trug jene besagten Wunsch denn doch lange Zeit mit sich herum. Gegenwart ist es endlich soweit, die Aktris erwartet ihr erstes Kind. Doch der Trajektorie dahin war alles Übrige wie einfach. Vor einigen Jahren erhielt Selbiger heute 42-Jährige in einer Kinderwunschklinik selbige Diagnose Endometriose und Adenomyose. Die Ärzte sagten mir, dass ich im weiteren Fortgang sehr schwergewichtig Kinder bekommen könnte. Und wenn, hier schon mit Hilfe der Kinderwunschklinik, erklärte jene Unteilbarfrage Gespräch mit der Bunden. Rote Rosen-Star Bitter Wolter wurde auf natürlichem Trajektorie schwanger doch jene wusste, dass künstliche Fertilisation nicht ihr Trajektorie war. Umso mit höherer Wahrscheinlichkeit kann jene sich hier aufs weit ersehnte Babyglück auf natürliche Möglichkeiten freuen. Eine bittersüße Info gibt es schon wenn schon, laut TV Movie wird Selbiger Aktris im weiteren Fortgang zwar vorerst nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit für Rote Rosen vor der Videokamera stehen. Wie lange Zeit jene noch in der Telenovela vorkommen wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Und dann wiederum. Ja, da bin ich ja jetzt hier.